hallo meine lieben freunde meines kanals ja man will es nicht glauben aber wir haben momentan tatsächlich einen g4 sturm und das ist wirklich außergewöhnlich das heißt also aufgrund der momentanen situation ein peak innerhalb des sonnensturms der heute schon den ganzen tag andauert der in den g4 bereich hinein gelaufen ist und ja wäre es jetzt dunkel meine lieben hätten wir tolle polarlichter in ganz deutschland aber es ist eben momentan nicht dunkel und die frage ist natürlich jetzt wie lange hält dieser sturm an nun es wurden zwei peaks vorhergesagt das heißt also innerhalb von wenigen stunden allerdings haben sich die peaks erstens verzögert bis zum eintreffen und der zweite peak hat wesentlich länger gedauert bis er bei uns ankommt als das eigentlich prognostiziert war das heißt also wir haben heute eine interessante situation die sich vielleicht auch noch in den abend hinein strecken kann dass man polarlichter beobachten kann bei solchen starken stürmen wie zum beispiel bei einem g4 ist es so dass dieses nachleuchten in anführungsstrichen das heißt also selbst wenn es jetzt runtergehen sollte immer noch die möglichkeit bietet polarlichter zu fotografieren denn es befinden sich momentan sehr sehr viele teilchen in erdnähe und die brauchen natürlich auch ein bisschen bis die eingefangen werden vom erdmagnetfeld und darum kann der protonen fluss oder generell der fluss von geladenen teilchen innerhalb unseres magnetfelds sich hinaus zögern bis in die nacht hinein und auch wenn hier dann wieder nichts steht kann es trotzdem sein dass wir hier tatsächlich heute abend polarlichter beobachten können in deutschland wird eine sehr interessante knappe kiste denn wie gesagt wir befinden uns momentan in diesem peak ihr seht selber das ist den ganzen tag hier angestiegen und befindet sich jetzt hier oben ja aber man muss auch sagen der eigentliche peak der dann dafür gesorgt hat dass wir polarlichter gestern nacht sehen konnten war nur ein g1 sturm ja das liegt einfach daran dass aufgrund der konfiguration des interplaneten interplaneten ja doch interplaneten magnetfelds innerhalb unseres sonnensystems die konfiguration passt dass also sehr sehr viele teilchen im erdmagnetfeld dann eingefangen werden die dann eben diese polarlichter verursachen das hier ist der tagesgang den wir hier beobachten können das heißt also wir hatten eben einige peaks und jetzt eben den zweiten peak der extrem ist das heißt also wir haben jetzt eben diesen g4 sturm der durchaus beeindruckend ist und wir haben innerhalb dieses sturms schwankungen das heißt also wir haben dann mit g2 dann haben wir g3 dann haben wir jetzt eben g4 das kann sich eben den ganzen abend noch hinziehen was wir hier sehen das ist die echtzeit übersicht eines satelliten der sich zwischen uns und der sonne befindet und zwar in einem abstand von 1,9 millionen kilometer normalerweise bei einer windgeschwindigkeit von ungefähr so 500 kilometern pro sekunde dauert das ja so ungefähr 20 minuten bis das dann bei uns eintrifft und wir sehen wir haben trotzdem immer noch eine stabile lage bezüglich der möglichkeit dass dieser sturm tatsächlich noch etwas länger andauert wir haben relativ hohe geschwindigkeiten wir haben relativ hohe temperaturen und wir haben relativ hohe dichte die am ende des tages dann auch dafür verantwortlich sein kann dass wir heute abend ebenfalls noch einen sturm zu sehen bekommen und vielleicht polarlichter beobachten können also das ist jetzt eine ganz ganz knappe kiste die man da ja momentan so betrachtet und ich bin mal gespannt ob das für heute abend reicht für alle die jetzt zum beispiel interesse haben polarlichter zu beobachten wenn es wetter passt und der himmel klar ist ich würde es heute abend auf jeden fall versuchen so ab 10 uhr wenn es dann schon ein bisschen so dämmert und dunkler wird dann kann man mit sicherheit das ein oder andere noch sehen wenn die situation so wie sie sich momentan darstellt anhalten sollte und ja das plasma fällt welches sich momentan in erdnähe befindet dass sich das nicht zu schnell verpieselt aber probiert mal heute abend ja und wenn ihr keine polarlichter sehen könnt weil der sturm vorbei ist dann könnt ihr heute abend auf jeden fall sternschnuppen beobachten ich habe heute fotos bekommen da sind polarlichter und sternschnuppen drauf also das ist eine absolut geile geschichte ja das heißt also man könnte heute abend tatsächlich auch polarlichter fotografieren und in diesem foto vielleicht sogar eine sternschnuppe drin haben also ich wünsche euch viel erfolg ich drücke allen die daumen dass das ganze bis heute abend anhält im übrigen auch mir selbst ja weil ich das gestern mal wieder verpasst habe aber es schaut momentan gar nicht so schlecht aus aber ja es ist eine enge kiste und ich verfolge das schon den ganzen tag und es wird knapp sehr sehr knapp tschüss bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal